Am Anfang so, warum ziehst du dich so an, blablabla. Jetzt, wo ich erfolgreich bin, ist es langsam normal. Und das ist halt scheiße so. Egal, ob du erfolgreich bist oder nicht. Zieh dich doch an, wie du Bock hast, Alter. Egal, was du an hast. Juck doch niemanden. Mich juckt das null. Das erste Mal, dass ihr so zusammensitzt, oder? Ja, ja. Dass ihr euch kennengelernt habt, richtig? Könnt ihr euch vorstellen, zusammen einen Song aufzunehmen? Und wenn ja... Wie sollte der klingen? Ja, das ist genau die Frage. Guck mal, hast mir die Frage vorweggenommen. Auf jeden Fall was Emotionales, oder? Ja, ja. Boah, ich lass den... ...einen Track so singen. Und ich rappe. Ich würd's machen, ja. Ich fänd's irgendwie interessant. Wir müssen ein geiles Thema finden. Aber ich glaube, haben wir. Wir haben einen gemeinsamen Nenner. Was wär euer Thema, glaubst du? Ich glaube, Freiheit wär schon so. Dieses Machen, was man Bock hat. Und dann von deiner Perspektive und meiner Perspektive erzählen. Vor allem, weil wir genau verschieden sind. Aber trotzdem gleich, könnte man verschiedene Storys erzählen. Schön interessant. Weil... Ja, ich weiß, du wärst so gerne dabei. Ich glaub, ich bleib. Ja, allein.